Heiliger Bimam, ich habe heute so eine Menge geiles Zeug für dich. Vor allem, wenn du Künstler bist und NFTs veröffentlichen möchtest, solltest du wirklich bis ganz zum Schluss dieses Videos dranbleiben. Ich werde heute viele Fragen beantworten zum Thema NFTs auf Bitcoins. Ich werde dir aber auch viele andere echt geile Sachen noch zeigen. Vorneweg, bei mir ist gerade die Post gekommen, bin ich total cool. Und ich möchte euch mal zeigen, was ich gekriegt habe. Und zwar einen Iggy von Rainer. Rainer Hosch, Iggy, wer einen der 207 Faces of Iggy mit dem Legendary Trade hat, hat diesen Print bekommen. Das ist eine der Utilities, die wir uns bei Rainer einfallen haben lassen. Ihr wisst ja, das Projekt von Rainer, 52 Icons, 207 Faces of Iggy, sind alles Projekte, die mein Partner Alexander Sachs und ich mit ihm zusammen machen. Und bei Dennis Schmelz ist es genauso. Und da habe ich eben für euch Künstler gleich am Ende des Videos noch was richtig, richtig Cooles. Wenn du also erst selber NFTs machen willst, dann bleib auf alle Fälle dran. Heute geht es um NFTs auf Bitcoin. Da tun alle so, als wäre das jetzt die große Neuerung. Ist es allerdings nicht. Es gibt NFTs auf Bitcoin schon seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, die ersten sind 2016 gemacht worden. Da gab es die sogenannten Colored Coins, später kamen dann die PP-Karten dazu, werden teuer gesammelt von Menschen und für hohe Preise verkauft. Nur jetzt gibt es was Neues und das nennt sich Ordinels. Ein Bitcoin hat 100 Millionen Satoshi. Satoshi ist sozusagen die kleinste Einheit von Bitcoin. Sowas wie der Bitcoin-Pfennig sozusagen. Und so ein Satoshi kannst du hernehmen und kannst auf dem was abspeichern. Einen NFT. Und da gehen jetzt Menschen her und machen das. Das nennen sie eine Inscription. Das wird eingeschrieben, inskribiert auf der Blockchain. Genauso wie auf der Bitcoin-Blockchain. Genauso wie auf der Ethereum-Blockchain. Und diese Bitcoins, diese NFTs heißen in diesem Fall Ordinels. Da passieren relativ wilde Sachen, ehrlich gesagt. Es gibt einerseits Künstler, die sagen, hey, das will ich ausprobieren. Da will ich drauf gehen. Es gibt aber halt auch Menschen, die gehen her und nehmen die Krypto-Punks und minten die auf Bitcoin. Und sagen, ja, das sind ja jetzt die Bitcoin-Punks und sind Ordinels. Dann gibt es Menschen, die nehmen ihre Bored Apes und minten den dann oder lassen den, inskribieren den, also eine Inscription als Ordinal auf der Bitcoin-Blockchain. Dann sind die sogar noch so verrückt, in meinen Augen, dass sie sagen, ja, und meinen Ape auf der Ethereum-Blockchain, den verbrenne ich. Burnen, zerstören auf der Blockchain gibt es nur über eine Adresse. Du schickst an die 0x000000 D-E-A-D, also DAD-Adresse, und dann ist dein NFT zerstört. Dann ist er geburned. Und die sagen, ich habe mir eine Burn-Adresse gemacht, zu der hat keiner den Private Key, also den Schlüssel, den Zugang, und habe den Ape jetzt auf der Bitcoin-Blockchain entstehen lassen. Wenn du einen Bored Ape am Anfang hattest, hast du später einen Kennel bekommen. Hast du später Serum bekommen, mit dem du einen Mutant erzeugen konntest. Hast du später einen Airdrop bekommen in Form von Ape-Coins. Ich garantiere diesem Kollegen, dass Yuga nicht für einen Ape auf der Bitcoin-Blockchain irgendwas von den, äh, Adderdeed hat man übrigens auch bekommen, irgendwas von den nächsten Claims oder Airdrops ausschüttet. Das können sie vergessen. Wenn es ein Airdrop ist, dann geht er halt auf diese Wallet, wo er sagt, dass er keinen Private Key hat. Also grundsätzlich auf der Bitcoin-Blockchain mit diesen, also grundsätzlich sind auf der Bitcoin-Blockchain, gibt es ewig schon NFTs, werthaltig, alles gut und schön, kann man machen. Gerade so diese Rare-Pepe und Fake-Pepe-Sachen sind extrem verbreitet auf der Bitcoin-Blockchain. Darüber hinaus jetzt herzugehen und existierende Kollektionen auf der Ethereum-Blockchain, auf die Bitcoin-Blockchain draufzuhalten und zu sagen, boah, das ist nämlich jetzt das echte Ding, weil das ist auf Bitcoin, das halte ich für, Gerlinde gesagt, nicht sehr schlau. Also ich würde es nicht machen und ich würde niemals so einen kopierten Punk auf der Bitcoin-Blockchain oder einen kopierten Ape auf der Bitcoin-Blockchain kaufen, weil aus meiner Sicht die Originale auf der Ethereum-Blockchain sind. Es gibt Künstler, die sagen, hey, ich schaffe mal ein Werk auf der Bitcoin-Blockchain mit so einer Inscription, fair enough. Wie der Franzose sagen würde, kann man machen. Ja, also nur bei den Kopien bin ich wirklich sehr, sehr vorsichtig. Und weil diese ganze Diskussion über NFTs auf Bitcoin so, wie ich finde, lustige Ausmaße angenommen hat, habe ich mir gedacht, ich mache für meine Kollektion, die Mint-Memes, einen kleinen Gag, den ich euch hier jetzt mal gleich zeigen werde. Ein Moment, ich schalte auf meinen Rechner rüber und bei diesem kleinen Gag handelt es sich um This is a Mint on Bitcoin. Das ist ein Mint-Blatt auf Bitcoin. Da habe ich gesagt, hey, da kannst du ganz beruhigt minten. Wenn du dieses Video heute siehst, sind noch ungefähr 24 Stunden zu minten, haben schon sehr viele gemintet. Kannst du auch machen, gehst hier drauf. Wenn du einen Mint-Pass hast, übrigens, ist es ein Free-Claim. Kannst du dir kostenlos holen. Ansonsten sind wir bei 0,0069 ETH. Also sehr, sehr wenig. Haben inzwischen schon Tausende gemintet. Wie gesagt, 24 Stunden läuft der Mint noch. Wir haben ihn extra 24 Stunden verlängert. Erstens, damit ihr noch dabei sein könnt. Und zweitens, weil das Gas sehr hoch ist. Und ganz viele gesagt haben, da übersteigt ja das Gas den Mint-Preis. Deswegen haben wir noch mal verlängert, dass du zu Zeiten auch minten kannst, wo Gas low ist. Also, this is a Mint on Bitcoin. Das ist sozusagen mein Meme zu diesem Thema. Kannst hier auch mal übrigens draufschauen. Also auf OpenSea, da kannst du sehen, das sind die Mint-Memes, die ich gemacht habe. Und das ist jetzt das zweite Mint-Meme. Zu dem anderen komme ich gleich. Wir können mal schauen, wie viel es davon schon gibt. Und ja, 2600 fast sind schon gemintet worden von dem Mint on Bitcoin. Also, nochmal. Es gibt NFTs auf Bitcoin schon sehr lange. Und wenn du sagst, das interessiert dich, beschäftigt dich damit. Coole Nische, coole Untergruppe im NFT-Space. Diese Ordinals, wenn es Originale sind, von mir aus, okay. Von Punks auf Bitcoin kopiert und Apes auf Bitcoin kopiert, halte ich gar nichts davon. Zero, zero. Also, jetzt weißt du, hast du zumindest so ein bisschen Einblick und kennst meine Meinung dazu. Kannst dir aber und solltest dir natürlich auch immer deine eigene Meinung bilden. D-Y-O-R, do your own research, wie der Franzose sagen würde. Weil ich gerade von dem Mint on Bitcoin erzählt habe. Ne, vorher noch was anderes. Jetzt für euch Künstler. Ich zeige euch mal, ihr wisst ja, wir haben von Dennis Schmelz, mit Dennis Schmelz zusammen, partnerschaftlich, diese Kollektion gemacht. Auf Reisen 2023. Da gab es ja jetzt schon ein paar sehr, sehr coole Utilities. Zum Beispiel war eine Utility für alle, die alle zwölf Bilder und das 13. Titelblatt haben, die konnten bei Dennis Schmelz for free, also der Eintritt war sozusagen, das Full 13 Set, konnten sie eine Photography Masterclass bekommen. Waren zwei Abende, super besucht und die haben von ihm gelernt, wie man richtig geile Fotos macht. Übrigens auch mit dem Handy. Das ist eine von mehreren Utilities. Jetzt kommt die nächste Utility. Alle Menschen, die ein 13er Set hatten, der Snapshot war am 20. November letzten Jahres, können jetzt bei einem Fotowettbewerb mitmachen. Bei dem Fotowettbewerb geht es darum, dass du zu dem Thema auf Reisen ein Foto einreichst, wenn du Fotokünstler bist oder auch wenn du sagst, hey, ich mache das als Hobby, aber geiles Bild, kannst du es einreichen und wir machen Voting. Und was wir dann machen werden, ist für dich, denke ich, sehr interessant. Wir gehen dann her, werden alle diese 13 Gewinnerbilder minten auf der Blockchain, werden den Free Mint machen und die Secondaries, der volle, alle Profite auf dem Zweitmarkt, die Royalties, gehen einzig und allein an die Künstler. Das ist schon mal cool und obendrauf werden wir natürlich Dennis und ich und Alex auf allen unseren Kanälen jeden einzelnen dieser Künstler mit seinem Gewinnerwerk vorstellen. Also du, wenn du Künstler bist, hast du die Möglichkeit, somit kostenlos, der Alex macht den Smart Contract, ich sorge dafür, dass Menschen es sehen, Dennis zeigt es in seinen Kanälen und in seinem Discord her und du hast die Möglichkeit, deinen ersten Mint zu machen mit dem eigenen Contract von Alex gemacht für diese Kollektion auf der Ethereum Blockchain und verdienst auch noch an den Secondaries mit. Und jetzt kommt was sehr Cooles. Wenn du sagst, ich hatte kein 13er Zeit, Snapshot schon vorbei. Wir vergeben 13 Wildcards. 13 Menschen können auch noch mitmachen bei diesem Fotowettbewerb, also ein Foto einreichen, um dann gevotet zu werden und vielleicht auch zu gewinnen und diese 13 Menschen werden wir so auswählen. Bis nächsten Freitag schauen wir, wer hat in seiner Wallet die meiste Anzahl an Januars, die meisten Anzahl an Februars, März, April. Also wenn du das Leaderboard aller Januar-Wallet-Holder anführst und du hast 500 Januar-Wallets, dann kriegst du eine Ballcard. Wenn du die meisten August-NFTs in einer Wallet hast von allen anderen, Snapshot ist wie gesagt nächsten Freitag, dann kriegst du eine Ballcard. Dann hast du die Möglichkeit, bei diesem Fotowettbewerb mitzumachen, ein Bild einzureichen und unter Umständen auch zu den Gewinnern zu gehören. Also, alle Fotoartists da draußen, der Floor ist relativ gering, da ein paar Januar anzusammeln, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, könnte interessant sein und das Titelbild übrigens kannst du auch ansammeln. Wer die meisten Titelbilder in seiner Wallet hat, der gewinnt. Alex, Dennis und ich sind natürlich aus dem Ranking draußen. also, es zählt tatsächlich, wer außer uns die meisten entweder Januars oder Februars oder Dezember in seiner Wallet hat. Also, das denke ich ist eine sehr coole Geschichte. Kannst du hier mal versuchen anzusammeln und wir werden dann ein öffentliches Voting machen, werden 13 Bilder auswählen, werden eine eigene Kollektion machen, werden da einen Freemant machen und die Secondary Profits, die Royalties gehen komplett an die Künstler, um auch hier wieder mal was zurückzugeben in die Community, in den Space und dem Space zu helfen und dir vielleicht als Up-and-Coming-Künstler zu helfen und dich zu unterstützen. Jo, das war das. Jetzt möchte ich euch noch eine Sache zeigen. Wir haben gerade für die Mint-Memes noch einen Mint offen gemacht und haben gesagt This Edition may or may not be open weil alle machen eine Open Edition und ich sehe diese Open Editions und denke mir hey, die sind doch gar nicht open. Deswegen habe ich diese Edition gemacht steht Edition drauf da sind Mint-Splatter drin ist ein Mint die Dose ist open und hier steht This Edition may or may not be open wieder ein Free Claim für Mint-Pass-Holder und für alle anderen 0,069 ETH Oh, wir haben uns glaube ich im Preis verdann wir wollten eigentlich 0,0069 ETH machen das muss ich nochmal reloaden aber ehrlich gesagt ja, okay jetzt 0,0069 ETH also ein sehr günstiger Preis ein sehr geiles Meme finde ich das hat dieser Künstler hier gemacht und wenn es euch gefällt dann schlagt mal zu auch hier wir haben vor noch nicht mal zwei Stunden gestartet und können mal schauen wie viele davon hier schon gemintet wurden hier wurden schon 590 gemintet innerhalb kürzester Zeit freue ich mich sehr ja, jetzt möchte ich euch noch was zeigen weil es ja immer wieder darum geht hey, ich habe ein Coaching und du weißt hier drunter ist der Link zum kostenlosen Workshop und da kannst du an dem Coaching teilnehmen ich habe zum Beispiel meinen Coaching Teilnehmern schon letztes Jahr gesagt hey Braindrops finde ich eine mega geile Kollektion das ist wie Artblocks für Generative Art ist so ist Braindrops für AI ART ART und Braindrops finde ich mega interessant und deswegen habe ich letztes Jahr schon gesagt hey du kannst immer wenn du die drei Day One Pieces hast von Gene Kogan von Claire Silver und von Pindar von Arman die Podgans dann kannst du immer wenn neuer Mint ist für 0,1 Ether vorneweg minden ich habe jetzt hier letzte Woche live in West America bei Rope Reinisto ein Finne gemintet für 0,1 Ether weil ich eben diese Day One Pieces hatte Floor heute 12 Ether eine für 120-Fachung in unter einer Woche also solltest du wieder mal zwischendrin auf die Idee kommen dass ich mit den Bored Apes ja nur Glück gehabt habe dann lass dir gesagt sein manchmal nur manchmal weiß ich was ich tue selten aber manchmal und solche Sachen erfährst du bei mir im Mentoring solche Sachen erfährst du bei mir im Coaching hier drunter ist der Link zum kostenlosen Workshop darüber hinaus übrigens es ist jetzt soweit am 21. März kommt mein neues Buch raus Inside NFT da ist hier drunter auch der Link bestellst dir schon mal vor dann bekommst du nämlich die wertvolle Erstausgabe von diesem Ding und da sage ich dir da steckt ganz viel drin ich habe Interviews geführt mit Kevin Rose mit Gary Vaynerchuk ich habe Antworten bekommen von Garga und Gordon Goner ich habe mich mit Justin Aversano unterhalten mit G-Money mit den Größten der Großen in diesem Space und alle haben mir Antworten gegeben auch Punk's 529 hat mir Antworten gegeben von dem ich ein großer Verehrer bin also wirklich ein sehr sehr geiles Buch und übrigens diese Collection Life in West America bei Rope Rheinisto sehr sehr interessant und darüber hinaus du weißt ja bald kommt die zweite Ausgabe des Magazins das erste kannst du dir jetzt noch holen ich schenke es dir kannst du dir als PDF kostenlos runterladen oder wenn du sagst hey ich will es physisch zu Hause haben dann schicke ich es dir geschenkt ich möchte dich nur bitten Verpackung und Versand zu übernehmen 4,99 Euro frei Haus nach Hause Englisch oder Deutsch und du weißt ja viele rahmen sich dieses Ding schon ein jo also Mint on Bitcoin mein Spaß zu dem Thema Free Mint Open Edition die Edition die wirklich open ist und darüber hinaus Fotowettbewerb mit Dennis den ich sehr sehr cool finde und dann freue ich mich wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen da ist gerne Daumen hoch da abonniere den Kanal mach die Glocke an der Mint on Bitcoin ist noch 24 Stunden offen roundabout und der die Open Edition ist noch 3 Tage also 72 Stunden wenn du das Video siehst ein bisschen 65 Stunden oder so noch offen ich freue mich dass so viele von euch immer hier zuschauen bedanken mich ganz herzlich und wir sehen uns beim nächsten Mal wenn es hier wieder heißt All Things NFT und ich hoffe dass du jetzt so ein bisschen Einblick bekommen hast zu dem Thema was sind denn eigentlich NFTs auf Bitcoin liebe Grüße und ich freue mich